Im heutigen Video haben wir alle gegen einen auf Royal Pixels gespielt und es wurde sehr, sehr spannend. Lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da, denn wir stehen kurz zu den 1000 Abonnenten und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, kill den mal. Ich geh mal auf. Junge, alle gehen auf mich. Okay, das ist eigentlich der Sinn hinter diesem Spielmodus. Wait, man hat ja Stärke und sowas. Sollte ich vielleicht mal trinken. Simply the best, würd ich sagen. Lol, Kenji hat sogar auf mein Video reagiert. Ich geh mal auf irgendwelche Leute, die da so solo rumlaufen. Oh Gott, ich bin... Ich geh einfach auf alle, die schon brennen. Oh, ich seh hier doch nichts. Schlag einfach rein. Ich will Titus killen unbedingt. Alles andere ist mir egal. Titus ist tot. Vero ist tot. Ich glaub, wenn man mit Axt reingeht, ist sowieso am besten. Du wärst gestorben. Oh mein Gott, das war mein erstes Kill. Nein, bist du nicht, bist du nicht. Doch. Egal, egal. Nein, warte, du drobst doch deinen Loot, oder nicht? Ja. Verschlossener gegen alle. Du bist überhaupt schon ein Kumpel. Gut, du hast schon das Intro, oder? Noch einer dead. Wenn das gewinnt, Digga. Ja. 100 Subs. Ja, jetzt schon. Mit deinen Twitch-Auszahlungen. Bisher sowieso reich geworden. Champ. Ja, bringt mich halt nix. Oh no, da ist der mit dem starken Schwert. Oh no, da sind zwei Leute mit den nether-rails-Sachen. Ach das scheiße. Wait, noch acht Spieler. Das ist free. Ich muss einfach auf irgendwelche Solo-Skin. Zum Beispiel auf so nen Yakano. Okay, der war AFK, das war jetzt ein bisschen unfair. Oh mein Gott, Digga. Die machen aber schon viel Damage, die ganzen Leute hier, ne? Actually, finally. WTF. WTF-Candy, Digga. Wow. Noch einer dead. GG. Ey Jungs, GG an alle, ne? Ihr haltet echt gut durch. Also ihr spielt echt nicht schlecht. Der Typ ist nicht schlecht, ne? Dieser Defensiver. Also falls du im Chat bist, not bad. Die sind alle im Chat, ne? Ja, aber hast du keine Join-Mees gemacht? Die Join-Mees erinnern ja nicht daran. Ja, aber dann könnt ihr... Nr. GG. Hier kommt eigentlich... hier kommt keine Randabend-Sachen. Der ist schon hier... äh... Erl. Niemand. Wow! Die Pippo happy? Ich hab noch ne Minute Stärke. Gewinn ich das in ne Minute? Ja, das stimmt schon. LOL, der ist ja überhaupt nether-railt. Ja, jauliga Digga, jauliga. Super, der hat's halt stopp. Das wird nicht schlau, ey. Das ist nicht gleich so großartig. Der sieht so aus wie der Anführer von dem. Der letzte Brot so hoch. Ne, der zweite Brot in meinen Schuss ist immer so gerne. Was ist der Titel? Nein, der kommt nicht. Aber er tut sich auch. Wie heißt der Maus? Äh, auch sein Maus. Ja, wie? Ich muss nach dem Stream gehen. Jetzt wird die Watch Time und Follow Age Time auch gesetzt. GG. Danke, GG. Jetzt wird es halt, also sonst braucht es, denke ich, Wochenende. Du sagst es dasselbe zu bekommen. GG. Jetzt wird es nur die Sporen und den Knocht ansteigen. Ich würde den sogar nehmen können, aber ich habe gerade kein Geld. Oh, Mistgap ist. Oh, wunderbar. Wahnsinn. GG. Ist doch nicht hier oben, oder? Das ist ein Video-Taste. Ich habe gerade auf einen anderen Monitor geschaut. Ich war mies verwirrt. GG, Jungs. GG, Claps und Chat. Danke für das Video, Jungs. Danke für das Video. Tschüss. Weil wir jetzt die Schmerz und den Knocht ansteigen.